Servus Freunde und willkommen zurück bei Shisha WG. Heute endlich mal wieder ein Five-Review. Lange hat es gedauert, aber ich habe heute eine neue The Hooker am Start. Und zwar ist das die Medusa. Ja, und damit willkommen zurück. Wie gesagt, heute haben wir mal wieder eine The Hooker auf dem Plan. Es ist schon länger her, dass wir eine The Hooker reviewed haben. Ich glaube, die letzte war sogar die Excel 95 Special Pfeife. War ganz witzig, aber auch nicht zu krass ernst zu nehmen. Es war halt so eine Special Pfeife. Aber Leute, die häufiger im Stream am Start sind, wissen, dass wenn es um Pfeifen so um die 150 Euro, 160, 170 Euro geht, dass ich sehr, sehr oft sage, guckt euch auf jeden Fall mal The Hooker an. Weil, ihr seht sie ja schon neben mir, schon sehr eindrucksvolle Pfeifen. Und das zu dem Preispunkt ist schon wirklich sehr, sehr nice. Aber bevor wir genauer auf die Pfeife eingehen, würde ich sagen, wir springen jetzt mal in den Aufbau. Ich zeige euch mal, was alles mit dabei ist. Übrigens, ich habe die Zange im Aufbau vergessen, die ist auch noch mit dabei. Ja, ich zeige euch erst mal, was dabei ist, wie man die Pfeife aufbaut und so weiter. Und dann kommen wir wieder zum Review. So Leute, wir kommen als erstes mal zum Aufbau der Pfeife. Ich würde sagen, ihr seht hier ja schon einen Großteil vor mir. Wir bauen das erst mal zusammen. Eine Sache habe ich schon gemacht. Ich habe hier schon den Kopf, den Kopfadapter und den Kopfschliffanschluss, der hier unten dran ist. Die habe ich beide schon hier in den Glaskohleteller mit eingearbeitet. Damit habt ihr es auch schon gehört. Es ist ein Glaskohleteller dabei. Was ich außerdem schon gemacht habe, ist über den Schlauch hier die Schlauchfeder und das Mundstück anzuschließen. Also das habe ich beides hier schon dran gemacht. Da ist eben schon die Schlauchfeder und da ist eben schon das Mundstück dran. Außerdem habe ich die Pfeife auch noch ein bisschen anders aufgebaut, als sie komplett wäre, sage ich mal so. Wir haben nämlich hier noch ein paar Teile dabei. Also erst mal, ihr habt auch einen goldenen Kaminaufsatz mit dabei. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr hübsch aus. Ihr habt auch einen Tonkopf dabei. Das ist ein ganz normaler Tonkopf. Kann man am Anfang benutzen. Aber wie gesagt, ihr wisst das ja, ich rauche deutlich lieber mit einem Funnel und mit einem Kamin. Ihr habt nämlich außerdem noch hier diese Dinger dabei. Das sind Schlauchhalter. Die könnt ihr unter die Anschlüsse positionieren und dann euren Schlauch darüber hängen. Ich mag die nicht so, aber sind dabei. Kann man auf jeden Fall benutzen. Gibt genug Leute, die sowas feiern. Aber ich würde sagen, wir kommen hier erstmal ans Richtige Eingemachte. Wir schnappen uns als erstes mal die Base. Erstmal sehr, sehr massiv. Auch relativ schwer dafür, dass sie so klein ist. Wir haben unten einen Klickverschluss. Wir haben ein Closed Chamber System. Sieht sehr, sehr schön verarbeitet aus, muss ich sagen, für so eine Pfeife. Man darf nicht vergessen, die kostet 170 Euro. Also dafür eine Vierschlauch mit Closed Chamber, V2A Edelstahl und so. Das ist schon sehr, sehr nice gemacht hier. Also das gefällt mir alles gut. Wir fangen auch direkt an mit der Base. Beziehungsweise sage ich noch kurz was zu diesem Teil. Das hier ist ein Stück des Tauchrohrs. Das kann man rausschrauben, kann man dranschrauben. Je nachdem, wie man das möchte. Ich mag eigentlich ein kürzeres Tauchrohr lieber, weil dann habt ihr... Na, da komme ich im Review nochmal genauer zu. So, wir schnappen uns unsere Base. Die haben wir hier. Schnappen uns hier unsere Anschlüsse und schrauben einfach die Anschlüsse hier in die Base rein. So. Wir sehen auch sehr, sehr nice, hier an den Anschlüssen sind nochmal kleine Dichtungsringe dabei. Das ist natürlich auch sehr, sehr geil. Ich habe es jetzt so gemacht, meistens, wenn ich die Pfeife alleine rauche. Also ich habe die Pfeife meistens alleine geraucht, dass ich einfach aus meinem Schlauchanschluss die Kugel rausgenommen habe. Dann könnt ihr halt noch entlüften und der Durchzug ist auch ein kleines bisschen besser. Aber einen Riesenunterschied hat es auf jeden Fall nicht gemacht. So, alle Schlauchanschlüsse dran. Da kommen jetzt einfach die 18-8er Schliffdinger rein. Ganz easy, wie man das schon so kennt. Zack. Beim Tauchrohr gibt es auch keine großartigen Überraschungen. Wie gesagt, ihr könnt es verlängern oder verkürzen, je nachdem wie ihr das möchtet. Ihr könntet jetzt unten hier den Diffusor noch abschrauben und könntet da eben noch das andere Stück dazwischen packen. Wird auch ganz einfach von unten reingeschraubt. Und dann kommen wir zu einer Besonderheit dieser Pfeife. Wir legen unser Konstrukt hier erstmal beiseite. Und zwar ist das dieser Part hier. Das sind drei Komponenten. Dieser Part kommt einfach noch hier drüber, über diesen Dichtungsring, den wir da sehen. Also ihr habt hier so einen Dichtungsring drauf. Da kommt einfach hier dieses Plexiglas-Ding drüber. Muss man einfach nur ein bisschen drücken, dann ist das Ganze fest. Da ist das drauf. Und wir sehen auch schon, innen habt ihr jetzt auf jeden Fall ein Gewinde. Und dieses Gewinde ist dazu da, um diese zwei Parts hier miteinander zu verschrauben. Das heißt, das Gewinde setzt oben an. Wir schrauben das dann fest und die zwei Parts ziehen sich zusammen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was dieses Konstrukt ist. Das ist relativ einfach. Es ist ein Molassefänger. Wir sehen, es gibt einmal eine Öffnung weiter hier oben und einmal eine Öffnung weiter hier unten. Hier ist direkt ein Boden in dieser Öffnung. Das heißt, euer Rauch, hier oben sitzt ja euer Kopf drauf, beziehungsweise euer Kohleteller. Hier läuft dann manchmal Molasse rein. Diese Molasse läuft dann hier runter, kommt aus diesem Loch raus und läuft in diesen Behälter rein. Aber euer Rauch kann hier wieder in die eigentliche Rauchsäule rein und dann eben runter in eure Pfeife. Das heißt, ihr habt in dieser Rauchsäule hier einen eingebauten Molassefänger. Und das ist sehr, sehr nice. Habe ich noch nicht so gesehen bei Pfeifen. Es gibt auch andere Pfeifen, die wohl eingebaute Molassefänger haben. Aber in der Form hier habe ich das so noch nicht gesehen. Finde ich sehr, sehr nice. So, das muss jetzt auch noch auf unsere Base. Das heißt, wir schnappen uns unsere Base und verschrauben da auch noch unsere Rauchsäule drauf. Ist auch noch ein Ersatzring hier dabei, falls euch mal irgendwas, irgendeine Dichtung mal kaputt geht. Und dann packen wir das Ganze mal hier auf die Bowl. So, zack. Klickverschluss, halbe Umdrehung, wie gesagt, Ersatzding und das kürzbare Tauchrohr lasse ich auf jeden Fall weg. Okay, Kohleteller noch oben drauf. Unser Schlauch noch dran. Und dann kann es eigentlich losgehen. Bauen wir mal einen Kopf und dann sehen wir uns im Review wieder, würde ich sagen. Wie gewohnt. So. Ihr habt den Aufbau gesehen. Ihr habt gesehen, was alles mit dabei ist. Und man muss schon sagen, für den Preispunkt, die Pfeife kostet aktuell 152 Euro. Normal kostet sie 170 Euro. Aber The Rooker hat da immer häufiger mal gewisse Rabattaktionen im Online-Shop. Für 150 Euro eine Vierschlauchpfeife mit einem integrierten Molassefänger. Ihr habt eine super schöne Bowl. Ihr habt vier Schlauchanschlüsse direkt mit dabei. Ihr habt einen Glaskohleteller, einen Kopf, Schlauchhalter. Sogar ein goldener Kamin ist dabei. Es gibt sie übrigens in drei Farben. Ich habe mich für die goldene entschieden. Finde ich einfach mit Abstand am schönsten. Aber das ist ja immer Geschmackssache. Also für den Preis so ein Set, das ist schon wirklich sehr, sehr nice. Also da kann man auf jeden Fall preismäßig schon mal nichts sagen. Wie immer hangeln wir uns bei so einem Pfeifenreview an gewissen Punkten entlang, die wir alle abarbeiten wollen. Natürlich endet das Ganze dann in meinem ganz persönlichen Fazit zu der Pfeife, ob ich mit der Pfeife happy bin oder nicht. Und ich würde sagen, nachdem wir über den Preis und den Lieferumfang und den Aufbau gesprochen haben, kommen wir erst mal ganz subjektiv zur Optik von der Pfeife. Und da habe ich ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen, eben wie ich die Pfeife so finde. Für mich ist das eine der schönsten The Hooker Pfeifen, die seit langem rausgekommen ist. An der Optik habe ich eigentlich nichts zu bemängeln. Das Mittelstück hier mit dem Molassefänger, das beschlägt halt leicht, beziehungsweise sieht so aus, weil da ist natürlich ein bisschen Rauch drin. Das kennt man ja schon von anderen Molassefängern. Also das ist eigentlich nichts Besonderes und vor allem nichts, was man irgendwie The Hooker vorwerfen kann. Da steht dann halt Rauch drin beim Rauchen. Das ist so. Was ich persönlich anders gemacht hätte, aber das ist auch Geschmackssache, ich finde jetzt Glaskohleteller nicht mehr so top aktuell, finde den aber an der Pfeife auf jeden Fall super passend, weil ihr habt hier ein durchsichtiges Element unten, ein durchsichtiges Element in der Mitte und nochmal ein durchsichtiges Element oben. Finde ich irgendwie ganz cool, ist irgendwie auch in sich schlüssig. Ich muss sagen, dafür, dass ich Glaskohleteller eigentlich nicht so feiere, finde ich ihn an der Pfeife schon wieder sehr passend. Das Mundstück finde ich auch sehr, sehr nice. Ihr habt hier unten so kleine Riffelungen, liegt sehr angenehm in der Hand. Ich greife meine Mundstücke eh meistens hier unten. Das passt sehr gut und oben auch sehr, sehr angenehm am Mund. Also kann man sehr entspannt mit Rauchen auf jeden Fall. Sie hat noch sehr, sehr viele schöne Details. Also erstmal die Bowl ist halt einfach wunderschön mit den ganzen Cuts. Was ich mega feiere, ist, dass man sehr wenig Wasser in der Bowl braucht, was auch einfach ultra nice ist. Ihr habt ein sehr, sehr kleines Bowlvolumen, aber da kommen wir gleich beim Rauchverhalten nochmal drauf zu sprechen. Ich finde, die Schliffanschlüsse sind sehr, sehr schön gemacht, die hier nochmal dieses Mittelstück haben. Ja, alles in allem einfach eine sehr, sehr schöne Pfeife. Ihr habt hier immer mal wieder so kleine Cuts drin, die einfach sehr, sehr nice aussehen. Und von der Verarbeitung her muss ich auf jeden Fall noch dazu sagen, ich habe nirgendwo irgendwie einen Kratzer gefunden oder sonst was. Also meine war tip top in Schuss. Also von der Optik her für mich auf jeden Fall, wie gesagt, eine der schönsten The Hookas, die es seit langem gibt. The Hooka hat auch viele andere schöne Pfeifen, aber die mit Abstand meine Lieblingspfeife von The Hooka, was die Optik angeht. Aber jetzt kommen wir mal von dem Thema Aussehen. Das muss einfach euch gefallen so. Ich bin mir sicher, es gibt ein paar Leute, die jetzt sagen, nee, goldene Pfeife geht gar nicht oder das gefällt mir auch nicht in der Mitte. Das ist halt einfach Geschmackssache. Was allerdings weniger Geschmackssache ist, ist immer noch ein bisschen Geschmackssache mit drin, ist das Rauchverhalten. Aber das kann man immerhin ganz gut bewerten. Und da muss ich sagen, ich habe die Pfeife sowohl mit Kugel hier drin geraucht, als auch ohne Kugel. Ihr wisst ja, wenn ihr alleine rauchen könnt oder wenn ihr alleine rauchen wollt, könnt ihr aus eurem Anschluss die Kugel rausnehmen. Dann könnt ihr a entlüften und b könnt ihr leichter ziehen, weil halt nicht noch eine Kugel mit dem Weg ist. Das ist halt einfach so bei vier Stoffpfeifen. Wenn ihr zu viert raucht, braucht ihr natürlich in jedem Anschluss eine Kugel. Wenn ihr alleine raucht, könnt ihr aus eurem Anschluss und auch nur aus eurem Anschluss die Kugel rausnehmen. Also es ginge natürlich bei allen, aber es macht halt keinen Sinn. Und was ich beim Rauchverhalten sehr, sehr wichtig finde ist, das hier unten ist ja nur ein Standfuß. Das heißt, ihr habt ein relativ kleines Bowlvolumen. Das kleine Bowlvolumen könnte dazu führen, dass euer Wasser sich schneller verfärbt als sonst. Ist aber bei dieser Pfeife kein Problem, weil ihr habt ja den Molassefänger mit in der Rauchsäule. Und ihr habt ein sehr, sehr kleines Bowlvolumen. Also nur dieses kleine Stück hier ist Bowlvolumen, was dafür sorgt, dass der Rauch keinen sehr weiten Weg beziehungsweise nicht lange in eurer Pfeife hin und her reisen muss, um letztendlich bei euch zu landen. Was bringt euch das? Je direkter der Weg vom Rauch zu euch in die Lunge ist, desto weniger Zeit hat der Rauch schon zu verfliegen. Also könnte man sagen, dass das ein besseres Rauchergebnis bringt. Das ist allerdings sehr, sehr minimal. Ich finde aber, das sorgt für einen sehr, sehr direkten Anzug, für einen schnellen Anzug und vor allem dafür, dass es ein bisschen intensiver schmeckt. Es sind keine riesigen Unterschiede von großem Bowlvolumen zu kleinem Bowlvolumen. Man kann es aber in die Extreme treiben. Also wenn man hier so eine Badewanne wie Husni Aschraf zu einer Shisha umbaut, dann dauert das ewig. Und das ist nicht nice. Aber hier so ein kleines Bowlvolumen, ich finde es einfach sehr, sehr nice. Das ist sehr direktes Rauchen, das ist sehr angenehmes Rauchen. Zum Durchzug, also ohne Kugel, absolut krass. Sehr, sehr geiler Durchzug. Mit Kugel ein kleines bisschen schwächer oder ein kleines bisschen schlechter auf der Skala. Aber immer noch ein sehr, sehr nicer Durchzug. Ich nehme jetzt mal einen kompletten Zug und dann könnt ihr euch ja so ungefähr vorstellen, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um da einmal meine Lunge komplett zu füllen. Also das ist wirklich sehr brachialer Durchzug. Und es fühlt sich auch sehr, sehr direkt und sehr richtig an. Also der Diffusor leistet gute Arbeit, sodass es hier eben nicht blubbert. Ganz wichtig, wenn ihr so einen hohen Wasserstand und so ein niedriges Bowlvolumen habt, dass der Diffusor gute Arbeit leistet. Ansonsten zieht ihr euch ganz schnell Wasser in den Schlauch und das ist einfach nur stressig. Aber das funktioniert hier hervorragend. Ich muss einfach nochmal einen Zug nehmen. Übrigens Eiskaktus drinne. Sehr, sehr nice. Entlüften sieht auch geil aus, wenn man seine Kugel rausnimmt. Wir haben jetzt bei der Pfeife zwar kein Killer-Entlüftungssystem, also es gibt nicht irgendwie fancy an der Rauchsäule hoch oder vom Teller, aber der Punkt bei der Pfeife ist halt eher der eingebaute Molassefänger und auf den kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Aber ich finde auch, das Entlüftungssystem mit dem Closed Chamber und dem kleinen Bowlvolumen zusammen funktioniert sehr nice und es sieht wirklich nach einer brachialen Rauchentwicklung aus. Das macht schon einen sehr krassen Unterschied, wie gut dann ein Closed Chamber funktioniert. Closed Chamber heißt übrigens nur, dass die Luft nicht schräg in die Base reingepustet wird, sondern hier in der Base nochmal umgelenkt wird und dann gerade nach unten geht und so die Luft besser aus der Bowl rausgeholt werden kann. So auf jeden Fall in der Theorie. Bei manchen funktioniert es besser, bei manchen schlechter, bei der Medusa auf jeden Fall sehr gut. So, ich muss einfach zwischendrin nochmal ab und zu einen Zug nehmen. Nicht, dass mir hier der Eiskaktus anbrennt. Rauchentwicklung, Leute, wie immer, hat nichts direkt mit eurer Pfeife zu tun. Wie gesagt, ein kurzer Weg, ein kleines Bowlvolumen kann dazu beitragen, dass das besser wird. Prozentual, aber sehr, sehr unwichtig eigentlich. Viel wichtiger ist euer Kopf und euer Setup. Kurz zu meinem Setup nur ein paar Worte. Ich rauche gerade mit dem Mehala Invoque V2 mit einem Calout Lotus 1 Plus oben drauf. Drinnen habe ich den Holste-Eiskaktus. Sehr lecker, sehr nice Rauchentwicklung. Einfach ein geiles Setup. Ihr könnt natürlich auch mit dem mitgelieferten Tonkopf und mit dem Kamin rauchen. Das passt natürlich sehr, sehr geil zu dem goldenen Design. Ich bin halt einfach nicht mehr so ein Fan von Tonkopf und Kamin. Ich weiß, viele von euch rauchen das immer noch gerne. Dann könnt ihr auch den mitgelieferten Kopf benutzen. Ansonsten passt ja jeder Kopf drauf, ganz klar. Ich habe es hier auch mal mit dem langen Tauchrohr geraucht. Da muss noch weniger Wasser rein. Dafür habt ihr ein bisschen mehr Bowlvolumen. Ich finde ein kurzes Tauchrohr, solange das gut funktioniert, und das tut es hier immer geiler. Also ich mag es eigentlich immer mehr, wenn ich weniger Bowlvolumen habe, aus den eben schon genannten Gründen. Also auch das Rauchverhalten bei der Pfeife echt sehr, sehr nice. Jetzt kommen wir zum Schluss, vor dem Fazit, also vor dem eigentlichen Schluss, zu dem Molassefänger. Ihr kennt das ja bestimmt, die Pfeife hat hier oben auch einen 18.8er Schliff. Das heißt, ihr könntet auch hier noch einen Molassefänger reinheben, oder euch obendrauf noch so einen Aufsteck-Molassefänger packen. Braucht ihr aber bei der Pfeife einfach nicht, weil sie hier schon einen integrierten Diffusor hat. Ihr habt es ja gesehen im Aufbau, wie das Ganze funktioniert. Ihr habt oben zwei Aussparungen im innenliegenden Rohr, was übrigens auch sehr, sehr nice aussieht, weil ihr halt immer noch eine Rauchsäule seht. Und die Molasse läuft aus dem oberen Loch raus, sammelt sich dann hier unten. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, es steht schon ein ganz kleines bisschen Molasse drin, aber auf jeden Fall nicht viel. Und so sammelt sich da eben die Molasse an. Bei der Molassefänger oft die Frage, stört es irgendwie beim Durchzug? Und da kann ich bei der Medusa sagen, auf gar keinen Fall. Das funktioniert sehr, sehr nice. Zur Optik, ich finde bei der passt das sogar sehr, sehr gut rein. Ich mag Molassefänger ehrlich gesagt nicht, die man hier oben unter den Kohleteller packt. Zerstört irgendwie immer so ein bisschen die Optik von der Pfeife. Da finde ich das deutlich nicer, wenn das hier schon integriert ist und dann auch so gut reinpasst, wie das bei Medusa hier der Fall ist. Und funktionsmäßig, es geht einiges an Molasse ran. Also ich habe die letzten Tage auch viel Darkseid geraucht und ihr wisst es Leute, Darkseid sifft des Übergrauens. Und das funktioniert echt gut. Also ich glaube, ich habe vier, fünf Köpfe Darkseid geraucht und war gerade mal so auf der Hälfte ungefähr, so ein bisschen über der Hälfte bis zu dem Loch, wo ihr dann den Rauch reinzieht. Und das Saubermachen geht auch relativ easy, weil man es halt so gut auseinander bauen kann. Und ich finde, für einen Molassefänger ist das eine sehr, sehr, sehr nice Umsetzung und einfach mal ein echt cooles Feature, das wir hier in der Pfeife haben. Also für mich auf jeden Fall brutales Feature an der Pfeife. Ist natürlich auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von dieser Pfeife, weil wir wie gesagt nicht viele Pfeifen haben, die den eingebauten Molassefänger haben. Ehrlich gesagt fällt mir jetzt spontan in diesem Moment gar keine andere ein, die halbwegs so einen ähnlichen Molassefänger hat. Es gibt einige, da kann man oben den Kopfadapter wechseln und da ist dann ein Molassefänger mit drin. Aber so in die Rauchsäule integriert fällt mir jetzt gerade keine Pfeife ein, die das hat. Aber schon mal so vorweg auf dem Scoreboard, Optik für mich sehr, sehr nice das Ding. Verarbeitung absolut top. Also für 150 Euro im Moment im Angebot absolut krass. Ich habe keinen Punkt gefunden, wo ich irgendwie meckern konnte. Das Klicksystem funktioniert super gut. Die Anschlüsse hängen nicht, die Katze sehen super gut aus. Ich habe nirgendwo irgendwelche Rückstände oder Kratzer in der Verarbeitung. Der Glasteller hat keine Einschlüsse, die Bowl hat keine Einschlüsse und das alles in der V2A Edelstahlpfeife, die da noch Gold ist und einen Molassefänger integriert hat und mit so viel Zubehör kommt, also in einem Komplettset. Sehr, sehr nice das Ding. Also dafür 150 Euro, brutal. Und ihr merkt schon, dadurch, dass die ganzen Punkte, die wir immer bei so einem Review abarbeiten, so positiv ausgefallen sind, bleibt mir auch beim Fazit nichts anderes zu sagen, als die Pfeife habe ich mir schon geil vorgestellt. Aber als sie dann da war und ich sie jetzt die Woche über geraucht habe, hat sie mich noch mehr überzeugt, als ich es schon dachte. So bei The Hooker habe ich eigentlich nie ein Problem, euch die Pfeifen zu empfehlen. Ich hatte schon mehrere, ich konnte schon sehr, sehr viele testen, weil auch viele Freunde von The Hooker haben. Aber die ist einfach nochmal geiler. Also ich finde sie von der Optik spricht sie mich komplett an. Verarbeitung absolut nice. Der Preis für 150 Euro mit dem Set sehr, sehr wildes Ding. Leute, ich hoffe, ihr fandet dieses Review sehr, sehr wild. Wenn dem so sein sollte, sehr, sehr gerne noch ein Abo oder einen Daumen nach oben da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin, macht es gut. Eure Shisha WG.